Servus Hobbybraufreunde! In diesem Video geht es um das Messen der Stammwürze bzw. um die beiden Messgeräte dazu, nämlich die Bierbrauchspindel und das Refraktometer. Beide funktionieren technisch komplett unterschiedlich und damit du am Ende vom Video weißt, welches das Richtige für dich ist, komme ich jetzt zu den Details. Lass uns anfangen mit der Bierbrauchspindel. Ja, so sieht sie jetzt aus, die Bierbrauchspindel. Im oberen Bereich, also hier oben, findest du die Skala zum Ablesen. Du hast einen Schwimmkörper, der unten ein paar Gewichte hat, damit die Bierbrauchspindel stabil in der Flüssigkeit schwimmt. Apropos schwimmen. Damit sie schwimmen kann, brauchst du natürlich noch einen Messzylinder mit der Flüssigkeit bzw. mit deiner Würze. Zum Messen nimmst du die Bierbrauchspindel, legst sie vorsichtig in die Flüssigkeit ab und lässt sie rotieren. Durch das Rotieren der Bierbrauchspindel lösen sich anheftende Bläschen unten und die sorgen meistens dafür, dass dein Messergebnis verfälscht wird. Nachdem sie aufgehört hat, sich zu drehen, können wir auch schon die Messfett ablesen. Bitte achte nochmal darauf, dass die Skala von oben nach unten größer wird. Zugegeben, das mit dem einfachen Messen mit der Bierbrauchspindel war nur die halbe Wahrheit. Denn die Dichte der Flüssigkeit ändert sich mit ihrer Temperatur. Das heißt, damit du exakt messen kannst, musst du immer die Wohlfühltemperatur der Bierbrauchspindel haben. Und die ist meistens bei 20 Grad. Keine Sorge, ich will dir keine Angst machen. Es gibt natürlich eine Lösung für das Problem. Nämlich eine Temperaturkorrekturtabelle. Unten findest du den Link dazu. Du kannst sie dir einfach runterladen. Wie es funktioniert, zeige ich dir in diesem kleinen Beispiel. In unserer Testmessung hatten wir einen Gradplato-Wert von 6. Bei einer Temperatur von 42 Grad. Als erstes gucken wir mal, welchen Wert wir bei der Stammwürze gemessen haben. Nämlich 6 Grad Platon. Danach gehen wir einfach nach rechts, bis wir ungefähr bei den 42 Grad sind. Also irgendwas zwischen 40 und 45 Grad. Ich würde jetzt schätzen, wir hatten ungefähr 7,7 Grad Platon gemessen. Ja, wenn du dir eine Bierbrauchspindel kaufen möchtest, empfehle ich dir auf jeden Fall darauf zu achten, dass diese Bierbrauchspindel eine Grad-Platon-Skala hat. Und am besten ist diese im Bereich von 0 bis 20 Grad Platon. Das reicht zum üblichen Bierbrauen perfekt. Damit du nicht ewig suchen musst, unten findest du den Link dazu. Kommen wir jetzt zum Refraktometer. Wie schon am Anfang beschrieben, funktioniert ein Refraktometer technisch komplett anders. Nämlich über den Brechungsindex des Lichts. Du hast kein Wort verstanden, keine Sorge. Wir schauen uns das gemeinsam nochmal ein bisschen detaillierter an. Ja, das ist jetzt das Refraktometer. Das Refraktometer hat im vorderen Bereich unter dieser Kunststoffabdeckung so ein kleines Prisma. Das leuchtet so ein bisschen bläulich. Dahinter haben wir dann noch einen Kalibrierschrauber. Und hier auf der anderen Seite ist das Stück, wo man dann durchschaut, um die Skala intern abzumessen. Um jetzt zu messen, nimmt man einfach eine Pipette oder ich nehme meistens eine kleine Spritze und träufle einfach zwei kleine Tropfen auf das Refraktometer. Da verstreiche ich das etwas und dann kann man auch diese Klappe schon wieder schließen und das Ganze noch ein bisschen andrücken. Wenn man jetzt hier durchschaut, sieht man eine kleine Skala. Da es etwas schwierig ist, mit der Kamera durch das Refraktometer zu schauen, habe ich jetzt einfach mal ein Foto gemacht. Hier siehst du die Skala und einen blauen Bereich und einen weißen bzw. transparenten Bereich. Genau am Übergang der beiden Farbe wird der Wert abgelesen. Bitte verwende hierzu die linke Seite, nämlich den Briggs-Wert in Prozent. Ich empfehle dir daher auch, einen Refraktometer zu kaufen, das eine Skala zwischen 0 und 32% Briggs hat. Damit du natürlich nicht lange suchen musst, findest du unten auch einen entsprechenden Link dazu. Eine wichtige Sache noch vorweg. Das Refraktometer misst nicht in Grad Plato, sondern in Briggs. Das heißt, du musst diesen Wert noch nachher umrechnen. Einen Link zu einem Umrechnungstool findest du unten in der Description. Vor jedem Braunen überprüfe ich übrigens, ob dieses Refraktometer noch richtig kalibriert ist. Das mache ich ganz einfach indem, dass ich hier vorne wieder 2-3 Tropfen gebe, diesmal allerdings vom Brauwasser, also noch nicht von der Würze, und schaue dann durch. Wenn die Skala perfekt bei 0 ist, ist alles in Ordnung. Ansonsten kannst du mit einem Schraubendreher hier oben an der Stellschraube drehen, bis die Skala genau auf 0 steht. Auch das Refraktometer hat seine Lieblingstemperatur, die meistens auch bei 20 Grad ist. Anders als bei der Biebrauchspindel ist es aber so, dass du durch diese winzig kleine Menge an Flüssigkeit, die du zum Messen brauchst, dir nicht ganz so viele Sorgen da drum machen musst. Nimm einfach 2 Tropfen vorne auf das Prisma, warte ca. 30 Sekunden, und dann kannst du auch schon die kleine Plastikklappe oben schließen und deine Messung durchführen. Kommen wir jetzt zum Ende und zum Fazit von diesem Video. Mein Favorit ist ganz klar das Refraktometer. Einfach aus dem Grund, ich brauche viel weniger Flüssigkeit zum Messen. Hast du sonst noch Fragen, dann schreib es einfach unten ins Kommentarfeld. In den Description findest du noch weitere Informationen und den Link zu meinem Blogpost. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Brauen. Bis demnächst.